Fantastisch! Das sehen wir oben rechts. 1161 Juwelen. Das wollen wir natürlich auch benutzen, um noch eine Magical Chest zu öffnen. Wir können sogar eine öffnen. Das ist schon mal ganz gut für 600. Und wollen einfach mal sehen, was da so drin ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das mal ganz blöd, wenn so Leute diese Magical Chests, also dieses Jamming to Max, nimmst du diese Magical Chest und lässt es einfach so durchrattern. Ich will doch im Einzelnen auch den Leuten zeigen, was da drin ist. Erstmal öffnen wir jetzt die normale. Ne? Für 6 Juwelen. Und dann hoffentlich kriegen wir gleich auch sofort eine neue, denn teilweise mit dem Gewinn ist das momentan bei mir nicht so ganz so einfach. Ich krieg öfters auch schon mal auf den Sack. Aber wir wollen sie jetzt öffnen. Wow! 531 Gold! Ich will das natürlich alles schön durchgehen. Einige Bomber. Was haben wir sonst noch? Skeletons! Ich hab teilweise so viele Karten hier drin. Genau, es gibt ja eine epische, ne? In der Magical Chest gibt es ja eine epische Karte. Ja, der Mini-Packer, den können die natürlich auch upgraden. Und, 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 und... Musketier, okay. Und... Baby Dragon! Zwei Baby Dragon Karten sind in der Epischen oder in der Magical Chest drin. Ist doch schon mal nicht schlecht. Kann man schon mal mit arbeiten. Und, ich würd sagen, äh, wir... Wir kaufen jetzt erstmal noch eine. Wir kaufen jetzt erstmal noch eine Magical Chest. Ich will natürlich auch nicht übertreiben. 13 Rares. Oh! 69 Karten! Ich bin mal gespannt, was da jetzt rauskommt. Ich bin gespannt. Äh, 464 Gold. Das heißt, wir können auf jeden Fall eine Karte schon mal gleich upgraden. Minion Horde. Gar nicht mal so schlecht. Ich nehm sie jetzt nicht so oft. Ey, dieser... Dieser Zap ohne Scheiß! Ich... Ich kann mich fast voll scheißen mit diesem Zap. Den ich nie benutze eigentlich. Minions! Oh, einige Minions. Die können wir vielleicht bald auch schon upgraden. Hawk Rider? Ja, 59. Wir nähern uns an. Ah, Rocket. Der Ege. Ich glaub, heute ist ja auch... Nee, morgen ist der Tag, wo das Update kommt. Und... Oh! Zweimal die Goblin Barrel. Gar nicht mal schlecht. Da kann man schon mal mit arbeiten. Allerdings... Ihr seht es von meinem Standard-Deck. Ich habe momentan die Doppel-Schweine-Taktik. Ob sie funktioniert, wird nochmal gleich. Das werden wir sehen. Ich öffne in der Zeit auf jeden Fall jetzt schon mal... Ich werd die schon mal in Auftrag geben hier. Äh... Wir haben auch einige neue Member bekommen. Ich werd den Clanbad auch nochmal öffnen. Ganz wichtig jetzt mal eben. Jetzt wo wir alle hier zusammen sind. Es gibt zwei Clans. Zwei offizielle Clans. Die restlichen Clans sind alles Fake-Clans. Also, es gibt den The Return-Clan. Den wir hier sehen. Mit 32 Membern. Und es gibt den... Bapapapam... Den Mo... Ah, hab was geschrieben. Den... Mobile... Fanboy... CR-Clan. Ich hoffe, er ist richtig geschrieben. Ja. Das ist der offizielle Clan... Von... Äh... Von Mobile Fanboy, den da Leute gegründet hatten. Äh, von Manuel. Er ist der Leader. Und... Ja. Das sind auf jeden Fall die beiden aktuellen offiziellen Clans von mir zumindest. Beziehungsweise von mir und von Mobile Fanboy. Ich werde den Ball da nochmal öffnen. Allerdings... Jetzt hab ich erstmal noch ein paar Leute aus meinem Clash-Clan reingelassen. Und wir spielen gegen Omar. Omar. Komm Omar. Gib mir... Bitte... Äh... Gute Karten. Ich muss mal überlegen, wie wir jetzt am geschicktesten vorgehen. Ich würde aber sagen, wir gehen selbst erstmal in die Offensive. Komm. Komm, 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 komm. Was macht der Omar? Spielt der überhaupt? Das war blöd, Omar. Das war irgendwie... Weiß ich nicht. Ob das so schlau war? Ich kann auf jeden Fall seinen Magier... Kann ich jetzt ganz gut kontern mit dem Feuerball. Ich hoffe, ich setze da noch was. Setze da noch was. Setze da noch was. Ah, leider. Ah, der hat den Prinz noch gesetzt. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Jetzt wird der Prinz nämlich schon ein bisschen was von meinem Tower wegmachen. Ah, ja, ja, ja. Nach der ersten Runde steht es ganz... Dafür liege ich ganz knapp in Führung. Aber allerdings war das auch nicht so ganz so gut gespielt. Wir müssen mal gucken, dass wir noch ein bisschen was machen können. Komm. Macht ein bisschen was kaputt vom Musketier. Macht ein bisschen was kaputt vom Musketier. Jetzt müssen wir überlegen, ob wir wieder die Doppel-Kombo nehmen oder nehmen. Nicht... Ah, okay. Er entscheidet sich für die Doppel-Kombo. Komm. Mach nicht so viel kaputt von meinem Turm. Nein! Er freest! Der Sack! Nein! Nein! Ah, okay. Na, hat er gut gemacht. Hat er gut gemacht. Allerdings kann ich jetzt mit drei Sachen hoffentlich angreifen. Oh, komm. Gib mir den Feuerball, wenn ich ihn brauche. Ah, Barbaren! Oh. Barbaren und noch Minions. Gucken, ob wir dagegen ankommen. Ja, das sieht ganz... Das sieht ganz gut aus. Komm, 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 komm. Jetzt setze ich schon mal den... Den... Den Kollektor. Ich brauche die... Ich brauche das Doppel-Schwein, glaube ich. Ich glaube, ich brauche das Doppel-Schwein. Es ist noch nichts verloren, Leute. Es ist noch nichts verloren. Es ist alles noch drin. Ich muss auf das Doppel-Schwein hoffen. Ich weiß noch nicht genau, ob ich den anderen Turm nehme. So als so 2-1-Sieg, weißt du? So 2-1-Sieg. Ich habe allerdings nichts, was ich jetzt großartig entgegensetzen könnte. Hier können wir zumindest schon mal die setzen. Das reicht aber auch nicht ganz. Da setzen wir die beiden. Und jetzt muss ich gleich echt mal hoffen, dass ich mal irgendwann mal das Doppel... Ja, er freest. Das bringt ihm an dieser Stelle aber nichts. Wir setzen das Doppel-Schwein. Wir setzen das Doppel-Schwein. Und hoffen jetzt mal, dass wir es schaffen, sofort beide Türme kaputt zu machen. Vielleicht, wenn wir Glück haben. Ja, der eine ist down. Direkt hinterher. Na, es reicht noch nicht. Es reicht noch nicht ganz. Es reicht noch nicht ganz. Es reicht noch nicht ganz. Den Magier brauche ich noch nicht. Ey, ist aber auch blöd, auf den Crown Tower zu gehen, oder? Muss ich auf den Crown Tower gehen? Ich glaube nicht. Ich glaube, das bringt noch nichts... Nein! Ich habe den Elixiersammler gesetzt anstelle... What the fuck? Ich wollte den gar nicht setzen. Egal. Wir schaffen das noch, wir schaffen das noch, wir schaffen das noch. Ich bin grad optimistisch. Komm! Doppel-Hock-Power! Wir schaffen das! Kriegen wir das hin? Ah, der Turm ist noch nicht ganz down, aber fast! Ja, ist er! Ist er doch! Nein, 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 immer noch nicht! Mist! Jetzt muss ich doch den setzen! Komm, 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 komm! Das wird ein Sieg! Das wird ein Sieg! Das wird ein Sieg! 2-1! In der letzten Sekunde habe ich ihn noch verarscht! Oh ma, es tut mir leid! Das Spiel hast du leider verloren! Wir machen auf jeden Fall noch eine Runde! Doppel-Schweine-Taktik? Naja, hat nicht so ganz so gut funktioniert, aber... Können wir was fordern? Nein, wir können doch nichts fordern! Ich würde echt gerne meine Barbaren mal upgraden! Die kann ich, äh... Kann ich die upgraden? Nein, noch nicht! Kann ich sonst irgendwas upgraden, was wir noch benutzen können? Irgendwas? Nee, eigentlich nicht, ne? Kennt ihr das? Wenn ihr so die Sachen, die ihr eigentlich benutzen wollt, gar nicht so upgraden könnt, weil ihr sie... Ja, ihr habt zwar Sachen, die ihr upgraden könnt, aber ihr benutzt sie einfach nicht! Ich finde diese Taktik einfach ganz lustig! Ich sieh's! Es ist wirklich keine gute! Ich war noch gegen den Deutschen! Es ist keine gute Taktik, aber... Naja, was willst du machen? So, jetzt muss ich mal überlegen... Ich glaube, wir überraschen ihn mal! Wir warten, bis er angreift und schnappen uns dann direkt mal den Turm! Ja, komm! Na, er setzt den! Das ist nicht so gut! Jetzt müssen wir warten! Doppelhawk-Taktik! Doppelhawk-Taktik! Ich denke mal, mein Turm wird auf jeden Fall down gehen! Ist halt nur die Frage, ob... Äh... Ah, er freest! Ja, mein Turm ist down! Schade! Die Taktik hat nicht gut funktioniert! Ich hatte sie mir besser vorgestellt! Weil mein Turm ist natürlich jetzt down und sein Turm ist nicht down! Mit etwas Glück! Nein! Er ist nicht ganz down gegangen! Na, okay! Ah, da kriegt er erstmal einen bösen Smiley von mir! Ich muss zugeben, die Doppelhawk-Taktik hat noch so ihre Schwachpunkte! Aber es ist wie gesagt, es ist eine Fun-Taktik! Ja, das war natürlich gut von dir! Dankeschön! Direkt mal zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen! Na, sofort mal den Turm und den Magier auf einmal! Ja, er setzt die beiden hin! Okay! Ah, das hätte ich mir schenken können! Das war nicht gut! Das war nicht gut! Er hat den einen Turm auch schon ein bisschen angekratzt! Wir haben seinen Turm noch überhaupt nicht angekratzt! Wir können aber allerdings jetzt mal eben gleich die Doppelhawk-Taktik spielen! Ich habe allerdings nicht genug... Ich habe nicht genug Elixier! Ja, den können wir aufhalten! Den können wir aufhalten! Er wird gleich wieder freezen! Deswegen probieren wir es doch mal auf der Seite! Ja, das ist schon mal gut! Komm, 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 komm! Hock, 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 hock! Ah, er freezt wieder! Da setzen wir jetzt mal den Magier... Nein, den Magier setzen wir noch nicht hinterher! Wir warten mal noch ab! Wir haben noch alle Zeit der Welt! Wir müssen noch nichts machen! Wir müssen noch nicht unbedingt reagieren! Ich kann in aller Ruhe sogar noch den Collector setzen! Wenn er jetzt gleich den Magier setzen sollte, dann habe ich immer noch den Feuerball und kann immer noch reagieren! Komm jetzt! Timmy Boy! Oh, Timmy Boy! Okay! Ja, die sind gleich... Die sind gleich down! Wunderbar! Jetzt kommt... Die Doppelhawk-Taktik! Nein, wir haben ihn gleich! Wir haben ihn gleich! Wir haben ihn gleich! Wir haben ihn gleich! Kein Grund! Kein Grund zur Aufregung! Kein Grund zur Aufregung! Wir können in aller Ruhe uns jetzt auf die Defense konzentrieren! Wir müssen jetzt gar nichts mehr machen! Großartig! Denn ich habe ja noch den Feuerball des Todes! Ich muss nur gucken, dass ich in der Defensive jetzt nichts anbrennen lasse! Das ist das Wichtige jetzt! Wir haben noch 24 Sekunden! Ganz ruhig! Ganz ruhig! Defensive! Auf die Defensive konzentrieren! Komm jetzt! Ganz ruhig, Kollege! Er hat noch den Freeze! Da muss man immer drauf achten! Er hat noch den Freeze! 12 Sekunden noch! Vielleicht hat er auch noch die Rocket noch oder so! Alles kein Problem! Ja, diese Karte kann dir natürlich auch aufs Genick brechen! Hey, Freeze! Und wir haben gewonnen! Ein 2 zu 1 Erfolg! Über... Tim hat gut gespielt! Aber diese... Taktik weiß ich nicht! Du auf der einen Seite hast du halt... Die Gefahr, dass du halt extrem auf die Fresse kriegst! Wir haben es gesehen! Der hat mein Turm am Anfang relativ schnell down gekriegt! Ich würde sagen, wir öffnen diese beiden Turmen trotzdem noch eben! Und gucken mal eben, ob was drin ist! Gold! Archers! Barbaren! Die kann ich sehr gut gebrauchen! Das ist so die Karte, die ich... Ah! 48 Juwelen! Nein! 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 Keine Ahnung, ob er nochmal eine Folge macht. Ich weiß es auch nicht. Ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Abonnieren nicht vergessen. Gratis-Gems für Clash Royale und Clash of Clans hier drunter. Macht's gut. Ciao.